Die beiden Spielräume heute, die auf die Lüge kommen, herzlich Peter Wallner und Julian Wimmer. Und dieses brisante Weg heute, möchten wir, wir hoffen für die Freunde, viele Kurne, schöne Spielzüge, die wir heute haben gesporen und jede Kurne, es kommt auch darauf an, ob wir jetzt bereit sind, dass sie sich bedienen. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir alle, die wir uns in der Hochschule, ein ganz ganz wichtiges Spiel, es geht auch um, fliegt einfach um den ersten Heizkampf-Furzlein, die wir hier sind. Vielen Dank, Herr Kollege, aus dem Wettbewerb. Ich bin gut, Herr Kollege, Sie hoffen, Sie hoffen, Sie hoffen, Sie hoffen, Sie hoffen, Sie hoffen, Sie hoffen. Wir sehen uns in der Hochschule, wir sehen uns in der Hochschule, aber wir sehen uns in der Hochschule, Sie wissen, Sie sind unsere alte, unsere alte Gebäude, sie landen, wir sind da, wo oben es ist, und oben ist die Motore, wo wir sind. In diesem Sinne, ich habe jetzt eigentlich alles gut getan. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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